Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thimbleweed Park mit dem Gecko-Climber. Wir sind das letzte Mal hier in den Tiefen der Katakomben gelandet und mit dem tollen Laser-Ding hier jetzt nochmal umgebaut. Und ich glaube, das ist die Lösung für unsere ganzen Probleme. So, ich gebe jetzt erstmal die Alufolie der Dolores. Macht sie doch gern. So, und jetzt machen wir uns mit der Alufolie einen hübschen Hut. Oder so rum. So, okay. Und dann benutzen wir den Hut. Und damit müssen wir doch gemütlich durchmarschieren. Ha! Funktioniert. Ja. Bam! Okay. Tja, vielleicht. Okay. Was haben wir hier? Großes Schild. Servicetelefon. 7075. So, können wir die Laser irgendwie abschalten dann? You are cheating! Didn't feel thing! Kick that! P.A. No fair! Ja, toll, toll, toll! I filed this as a bug report. The map is useless now that the factory is shut down. Ja, aber ich würde ganz gern den Scheiß hier abschalten. You just wait for the lasers of doom, Tim. 2.0! Kick that! Kick that! Didn't feel thing! Didn't feel thing! P.A. Ja, 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 ja. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. P.A. Kauts right off! I filed this as a bug report. So. You just... Okay, das hat aber funktioniert. Ha! So, jetzt brauchen wir nur noch jemanden mit Telefon. Hm. So, ähm. Habe ich eigentlich jetzt noch irgendwas Tolles zu tun hier? Nee. So, können wir dir das Telefon geben oder will ich das nicht? Thanks a lot. Und das tolle Werkzeug. I can't give this tool to anyone. It's too important. So. Okay, dann... You just wait for the lasers of doom, Tim. 2.0! Ja, 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 das wird noch ein bisschen dauern. Didn't feel thing! P.A. P.A. You're cheating! P.A. P.A. So, funktioniert doch alles wunderbar. P.A. 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 I filed this as a bug report. So, wo müssen wir da jetzt anrufen für die Service-Hotline? 7075. Alles klar. Machen wir doch dann mal direkt. In der Hoffnung, dass wir es jetzt hier empfangen haben. Und wie soll man da anrufen? Ich brauche ein Telefon. Aber es gibt keins. So. Nur der Flur, der Knopf und das Schild. Und hier ist ansonsten auch nix mehr außer zurück. Ja, toll! Ähm... Benutze... So. Können wir jetzt die Folie da wieder abmachen? Ich habe es bereits behalten. Ich würde jetzt ganz gern irgendwie die, ähm... Können wir die tolle... So, können wir da irgendwas machen, dass wir hier empfangen kriegen? Es ist ein Telefon. Weil da drinnen hat man keinen Empfang. Müssen wir jetzt nochmal durch den ganzen Laden durchlaufen? Ja, ansonsten haben wir hier nicht viel. So. So, zum Glück kann man sich da nur draufhalten. So, das funktioniert doch. Ja, 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 das haben sie alle gesagt. So. Okay, so, jetzt benutzen wir erstmal den Hut. Und dann... Den Hut an Ray. Ja, jetzt halt die Klappe. Dein Mobiltelefon kriegst du auch wieder. Und dann gucken wir mal, ob sie vielleicht mit ihrem tollen Werkzeug das Ding hier jetzt benutzen kann. Ich habe mich schon gewundert, warum man den Hut eigentlich tragen könnte, aber jetzt ist es eigentlich relativ klar. So. Und los geht's. Ich habe das als ein Bug-Report. Ja, ja, ja. Tut es. Ich habe das nicht gefühlt. Nicht fair. Take that. Ja. Ich habe das als ein Bug-Report. Ich habe das nicht gefühlt. Ja, 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 ja. Nicht fair. Ja. Ich habe das nicht gefühlt. Nicht fair. So, ja, 7075 Service-Telefon. Wie darf ich da jetzt anrufen? Ja, und, ähm... Es gibt ja aber kein Telefon. Ich habe keins gesehen irgendwo. Da geht's nur wieder zurück. Und hier ist nur der... Der olle Trinkbrunnen. Die Türen, die alle dicht sind. Exit. This must be the way out. Ja, wenn er offen wäre. Und da gibt's auch nur den ollen Computer. Ich verstehe nicht Computer. So, und wie können wir jetzt telefonieren? Das doofe ist natürlich auch. Ich kann... Dadurch, dass ich niemanden anrufen kann, kann ich auch die Hotline nicht anrufen. Haben wir vielleicht noch irgendwas Tolles hier dabei, was uns weiterhelfen könnte? Ähm... Komm mal her, dass ich dich sehen kann. Das Witzebuch. Ja, und da ist auch wieder Dix. Hm. Können wir damit den vielleicht... Hm, das könnte funktionieren sogar. Das müssen wir nur wieder mit der hier komplett durch. Wenn wir die Schaufel hier reinklemmen. Ich frage mich sowieso. Irgendwo muss doch ein Knopf sein, der mit dem man den Spaß hier irgendwie abschalten kann. 2.0! Den feel thing. Aber hier ist nichts. Du wirst nur noch den Spaß hier irgendwie abschalten können. 2.0! Den feel thing. Ja, komm, weiter, Lids. Es ist kein Hotspot da. Gar nichts. Hm. Okay. So, dann darf die Dolores jetzt nochmal. Dann gehen wir mit der Nummer da durch. Danke. Aber irgendwie muss das doch funktionieren. Was sagt ihr eigentlich, wenn wir uns das Ding angucken? Ja, so in der Art und Weise, wenn wir den jetzt benutzen. Und jetzt nochmal. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding vielleicht mit der Schaufel hinkriegen. Also, jetzt haben wir die tolle Schaufel. Das funktioniert nicht. Ich habe mir das schon fast gedacht. Weil die müssen wir hier nicht dabei haben. Und selbst im Büro... Wieso hat der eigentlich ein Büro ohne Telefon? Kann man das mal jemandem erklären? Das Telefon hat keine Rezeption. Das Telefon hat keine Rezeption. So. Toll! Hm. So, und hier im Bunker ist natürlich klar, dass das Telefon nicht funktionieren kann. Das Telefon hat keine Rezeption. Hm. Vielleicht nochmal hier? Das Telefon hat keine Rezeption. Hey, 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 hey. Die haben ja noch schlechteren Empfang als bei uns. So, was machen wir jetzt? Wie kann man da jetzt weiterkommen? Weil wir... Es ist ein Gegenstand, den müssen wir dabei haben. Den müssen wir benutzt haben. Oder den müssen wir mit irgendeinem anderen Gegenstand zusammenbekommen haben. Das Werkzeug ist es nicht. Das können wir ausschließen. So, können wir das Schild vielleicht nehmen? So, und hier haben wir ja auch keinen Empfang. Das haben wir ja auch schon alles ausprobiert. Wie wollen wir jetzt hier telefonieren? Haben wir irgendwas Tolles? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das her hatten. Ja, durchsuche die Fabrik weiter sind wir immer noch. So, wir haben einen Röhrenzieher und wir haben einen großen Ventilator. Und wir brauchen irgendetwas, womit wir den jetzt hier angehalten kriegen. So, die Mathematik... Warum haben wir eigentlich doch die Mathematik-Trophäe? Ja. Ja. Moment. Ich habe gerade so eine Idee. Wenn wir das Ding hier nehmen und, ähm... Moment. Den Hut benutzen? Ich würde gerne das, ähm... Ich würde ganz gerne das Blei schmelzen lassen. Du bist schade. Und dann, ähm... Das Unendlichkeitssymbol irgendwie als Antenne benutzen. 2.0! EA! Pelt's right off! EA! Pelt's right off! No fair! Ha! Take that! Pelt's right off! Tja, das hat aber auch alles nicht funktioniert. Können wir den Knopf drücken? Was passiert denn dann eigentlich? Okay, gut. Dann funktioniert das auch nicht. So, aber was haben wir denn noch? Das alte, das Renns- und der Clown-Poster, das haben wir auch schon zigmal gebraucht. Das Witzebuch? Nee. Warum haben wir das eigentlich wieder zusammengebaut? Hm. Ja, die Seite aus dem Witzbuch, die haben wir hier auch wieder drin. Aber das hätte man nicht machen müssen, um hier weiterzukommen. Wir müssen doch mal irgendwann rauskommen, so wie ich das sehe. Aber im Moment müsste man eigentlich erstmal telefonieren und dafür bräuchte ich mir jetzt eine... Hm. Aha, aha. Das müsste man irgendwie die... So, ich will nochmal kurz den Status... Ja, Pilotron-Tite 3000 ist kalt. Die Laserhalle ist noch tödlich, aber die macht uns soweit nix. Bürotür ist auf. Die Fabrikmaschinen sind alle in Betrieb. So, und das Ding hier haben wir jetzt hier nicht mehr. Hm. Kann ich die... Nein, ich probier's einfach mal. Wenn ich jetzt nochmal der... Ähm... Der Dolores das Telefon... Und jetzt die Trophäe auf das Telefon benutze. I don't want to use it with that. Nee. Okay, kann die vielleicht die Trophäe der... Ja, 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 ja. So, und wenn wir jetzt das tolle neue Werkzeug benutzen... Das bringt auch nix. So, können wir die dann vielleicht dem Raze geben? Dass dir die mit dem... Oh, ich liebe das Kering-Stuff. Ja, ich weiß. Und deshalb kriegst du das jetzt auch. Und jetzt gucken wir mal, ob man mit dem... Dem Wrench dran... Ich will irgendwie das olle Unendlichkeitszeichen da runterkriegen. Ich hab mal schon von Anfang an gedacht, dass man die irgendwie voneinander wahrscheinlich trennen muss, weil man das Titan braucht. Frage ist nur, wie? Mhm. So, ja, wir haben nur noch... Das hier zu tun. Und, ähm... Dieser Ransom, der hat noch seine Rechtsanwaltskarte. To-do-Liste. Es ist einer von Mort UIs, Mort Toys, Prank Jack in the Boxes. Er drückt den Handel und es spielt einen jaunten kleinen Tone, bis das Lid öffnet und ein liveer Kobra rauskommt. Und da haben eigentlich auch nichts mehr, was interessant sein könnte, um da irgendwas zu machen. Es ist mein Tube von Coslerix, patented Anti-Itch-Medicine. B***-Works-Wunders. Okay, ähm... Treffen wir uns nochmal hier drinnen. Also, wir haben ein Mobiltelefon, das nicht funktioniert und das wir eigentlich bräuchten. Und ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt hier benutzen soll. Ich hätte gesagt, wir nehmen das Unendlichkeitssymbol und benutzen das dann irgendwie als Antenne oder sowas, aber... Das scheint's auch nicht zu tun. Auch noch irgendwas anderes, was als Antenne taugen könnte. Nicht so wirklich. Ja, die... Die Specs of Dust, die können wir mal so getrost ver... sein lassen. Der hat gar nichts mehr. Da hat man nämlich auch die Hälfte von einem geschlägen lassen können. Hm. Es ist ein TX-1138-Tube. All fresh and shiny. So, und das sind alles Dinge, die ich eigentlich nicht unbedingt mit mir rumschleppen muss. Die Röhre auch nicht. Kann man die eigentlich aufmachen? Ich kann das nicht öffnen. So. Es ist ein spezielles Tool, um Vacuum-Tubes in der TX- und AT-Klasse zu entfernen. TX und das andere war, glaube ich, eine AT. Nee, das ist auch eine TX. Können wir das vielleicht... Warte mal. Haben wir noch das Mobiltelefon? Ja. So, dann probieren wir mal, ob wir den Röhrenzieher auf das Telefon draufstecken können. Es funktioniert nur auf Vacuum-Tubes. Hm, ja, ist gut. So, wenn ich das jetzt ziehe... Oder öffne... Ich kann das öffnen. Ja, ich will ihn gern wieder auseinanderbauen und dann aus dem Zeug hier dann da eine... Ähm... Aber ich glaube, ich bin auf dem Holzweg irgendwie. Aber wir müssten eigentlich telefonieren da hinten. Hm. Ich glaube, ich werde da nochmal ein bisschen nachschauen müssen, ein bisschen rumexperimentieren müssen, wie es denn jetzt da letzten Endes weitergeht. Und euch dann in der nächsten Folge Bescheid sagen. Wir haben es wieder eine ganze Menge geschafft. Und ich denke mal, so langsam, aber sicher kommt man dann auch gegen Ende des Adventures. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!